Ich bin Pokémon2044 und dies ist mein neues Video. Tadaa! Heute habe ich mal Hot Wheels, einen 69er Camero. Noch original verpackt, hier steht nochmal 197 von 250. Es gibt aus dieser Serie wohl also 250 Fahrzeuge. Ja, was gibt es hier noch so zu sagen? Eigentlich gar nicht so viel. Ich werde das Ganze einfach mal anboxen, jetzt hier. Recht gut verpackt. So, tadaa! Da haben wir ihn auch schon. Richtig fette Bereifung auch von unten. Steht nochmal drauf, 69er Camero, TMGM, Made in Malaysia, das Hot Wheels Symbol 2006. Steht hier noch. Ja. So sieht er aus. Mein neues Spielzeug in meiner kleinen Autosammlung. Gut. Das war auch schon mein Unboxing zu meinem 69er Camero. Wenn es euch interessiert, wenn ihr weitere Videos sehen wollt, schreibt mir das in die Kommentare. Würde mich sehr freuen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao! 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 ! Ciao! ! Ciao! Ciao! ! Ciao! ! Vielen Dank.